Das ist auch irgendwie cool. Oh mein Gott, das hätte man mir echt nicht sein... Oh mein Gott, mein Gott, oh mein Gott. Jetzt hast du die komplette Auswahl, ne? Du kannst halt alles angucken, was es gibt. Mein Gott. Und das sind nur Schwerter. Ja. Mich interessiert alles, was leuchtet. Leuchte, leuchte, kleiner Stern. Sozusagen. Ach, was freue ich dich doch gern. Oh mein Gott. Das ist auch geil. Oh, das gibt's auch im Blau. Oh. So geil. Gibt's bei Bögen? Ich freue mich schon sehr auf ein Spiel, was glaube ich nächstes Jahr released wird, ey. Echt? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich freue mich auf übermorgen. Ich freue mich auf übermorgen. Ist das übermorgen? Ich freue mich auf in zwei Wochen. Also in anderthalb Wochen. Wenn das Disney Game rauskommt. Und auf November. Da kommt auch noch ein geiles Game. Hast du Stray schon gespielt? Das wolltest du auch noch, oder? Stray habe ich privat gespielt, werde ich aber irgendwann im Stream auch noch mal spielen. Weil mir... Ah, okay. Das wahrscheinlich nicht. Ich wollte mich nicht spoilern lassen. Problem ist, ich hätte sie auch im Stream spielen können. Aber ich hätte dann meine Konsole halt jedes Mal runterholen müssen. Und dann, wenn ich ins Bett gehe, wieder hoch. Oh mein Gott. I need it. Oh mein... Ach, da ist doch wieder... Föhlchen ist komplett vernaht jetzt in die Bögen. Das gibt doch auch so einen schönen Teil. Ja, die restlichen Stunden wird Föhlchen sich Waffen angucken. Kitty, woher weißt du das? Weißt du schon ein bisschen gerne? Hm, woher denn? Hä? Weiß nicht. Ach ja, ich kann mir ja auch Oberteile angucken. Ja. Und es ist nicht mehr angegriffen. Oh mein Gott, es gibt so viele geile Sachen. So, während Föhlchen da ihre Sachen angeguckt hat, habe ich alle Assembly-Teile geholt. Das hier bräuchte ich, das würde perfekter zu passen. Das sieht auch geil aus. Ist gut an dem Ding, das steht auch wo man es bekommt. Okay. Ich habe auf der Map vier Missionen und ein Fragezeichen. In meinem Questlog habe ich drei Missionen und ein Fragezeichen. Auf der Map vier sind die Punkte. Ich habe auf die lute gesagt. Ich habe auf die lute gesagt, da. Hätte doch die lute gesagt haben. Ich habe die Lute gesagt, da kommt auf 31 raus. Ah! Ja gut! Ja stimmt! Du hast ja hinten bei Fallmarschen abgegeben. Das heißt, wir haben jetzt 3, 4 Fragezeichen und 2 Quests. Und 3 Quests. Ja stimmt! Ich könnte mir eigentlich auch die... Hm! Wollt's hier angucken! Ich hab die ganze Map voll übrigens mit... Quests. Ja, genau so sieht's bei mir auch aus. Ah, okay, das ist gut. Also gut, das ist jetzt relativ, aber... Ja. Ich hole mal eben noch ein paar Erfolge. Es ist gesperrt bei mir, warum auch immer. Quests pausiert. Pausiert? Ja, Quests pausiert steht da, blutige Rache. Blutige Rache, blutige Rache. Das hat mir auf dem Kopf grad nicht so viel. Die habe gar nicht. Ich blende sie erstmal aus. Das soll ich laut bleiben. Ah, egal. So. In, wie nimmst du? Appell in der Kiste. Ähm. Mal gucken, wo gehen wir denn jetzt hin? Ich würd sagen, wir geben erstmal hier das ab, was wir gerade haben, oder? Hm. Fahr mich hin. Ich frag dir. Ist klar. Yay. Ich find diesen Sprung auf dieses Mount immer so richtig geil. So, wiii. Oh mein fucking Gott. Ja. Du hast gerufen? Äh. Hm. Sag mal, ähm. Hier, solchen Doktor Outfit. Gibt es für mich. Gibt es für mich. Okay. Achso, von Shadowlands, ja. Äh. Schloss Natria ist das, glaub ich. Das Set. Ich glaub, das Set meinst du? Äh. Antis des Schändlichen Blenders. Schloss Natria, ja. Ich glaub. Ich weiß ganz genau, welches er meint. Erste Stoff-Set aus Schloss Natria, das sieht sehr gut aus. Ob ich den Astro gibt, gehen wir weiter runter. Hab ich da jemals den Komma? Das sind Shadowlands, das könnte dauern. Hä? Das ist der erste Raid aus Shadowlands. Ich glaub, wenn ich da bin, gibt es schon drei neue Addons. Ja, macht ja Zeit noch. Also ne, die werden ja dann auch günstiger. Man kriegt ja dann alle auf einmal. Du musst ja mal das Positive aussehen. Ja, da hab ich schon mal reingesprägt. Aber ich glaub, wenn ich da jetzt nochmal reinguck und mir das alles angucke, wenn ich Zeit habe, muss ich irgendwann dann mal den Pech-Dingsbums da machen. Wo hast du das gefunden? Pech-Schwingen-Hort? Ja. Da gibt's ein cooles Outfit. Pech-Schwingen-Hort. Ja, da gibt's ein cooles Outfit. Pech-Schwingen-Hort. Äh, ja, T2 wahrscheinlich. Mhm. Wir müssen jetzt hier ein paar Leerwörter machen. Ja. 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 Da nennt sie auch liebevoll Bob. Blau ohne Beine. Alter. Angriff der Killer-Eber. Ich freu mich aufs Fliegen. Ja. Das ist schon echt. Sick. Ich geh Minecraft spielen. Mach das, Luna. Meine Kraft. Wir sind hier noch ein paar Stunden mit WoW beschäftigt. Ja. Ja. Stunden voller Spaß und Abenteuer. Viel Spaß. Viel Spaß. Sieben Stunden haben wir. Gleich. Nach vier Minuten. Ich geh bei Chris ganz viel Gas. Max, wie kann man noch Anpassung für Elfen freischalten? Dunkler Weidlauf. Okay. Und er veröffnet sich seit 20 Minuten nur in meinem Garten mal gar nichts. Ah, das sind so ähnlich wie ich gestern. Ich meine, ich hab gestern meinen zweiten Show weitergemacht. Und überlebt, ob ich ein bisschen Housing weitermache, aber dann ist mir eingefallen, ach nee, ich hab kein Geld. Also das mit im Garten sitzen kann ich immer bestätigen. Immer wenn ich ankomme, sitzt du im Garten. Ja. Wenn ich zur Frage hast, auf was Lust, dann fühlt sie sich nicht gut oder hat keine Lust. Ja, Sen hat sie mit mir einen Buss geplättet, beziehungsweise hat sie Titan für mich einfach mal niedergestreckt. Ich hab nur zugesehen. Als Heiler. Das war ein sehr spannender Kampf. Ja, Luna, du darfst aber denk dran, was wir so ein bisschen besprochen haben, ne? Ich hab Verständnis, aber dennoch. Sag ich mal. Ja. 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 Ich hab vier. Ach stimmt, du bist irgendwo hinter uns. Ach je, die gnauert für mich, ja. Ich bin irgendwo und überall. Also wie immer. Hm. Ich bin halt so klein, ich fall nicht auf. Das stimmt. Gerade tatsächlich. Ja. Alles klar, Luna. Oh, ich hab jetzt endlich heiliges Feuer. Bam. Ja, zwei Stück Bräu noch. Alter, Macht von Grayskull! Wann ist er nicht? ich weiß nicht ob ich mein tötungsbefehl habe ich glaube um level 20 ich brauche noch ein ist noch irgendeiner jetzt beim master neben unteren der ist ganz wichtig dass die attacke macht am meisten schaden von dir die frage ist warum ist denn nicht automatisch da reingegangen wie alle anderen dinge ja gut wenn sie so jede einzelne gibt gibt da und automatisch reine der denkt so ab tötet meine kleinen tötet alles für die gebieterin tötet meine kleinen tötet ich habe fertig ich auch gerade zur sekunde ich hab auch fertig hier irgendwo da ist noch was in die richtung tötet meine kleinen tötet die alte hat einen knall rotes gummi brot wo muss ich hin da oben habe ich eine mission hier links habe ich eine mission und rechts habe ich eine mission fels hetze eier müsstest du haben unten links fels hetze eier sammeln ja genau da muss ich auch noch hin da wir ja heute gerne geister war halt noch was das triggert mich sonst wenn ich da ich habe keine keine katzen du bist gestimmt geht das schon wieder los weil ich hatte einen mundbewegung gesehen hat niemand gesehen mit wem du redest also habe ich habe ich habe nur gesagt dass ich noch keine katzen habe deswegen kann ich noch keine katzen sehen konnten wir noch keine fangen ich habe den ehemal von der startinsel und das flug hier auch von der startinsel also eine katze ich glaube hier vorher gibt es keine katzen ich glaube der trolle müsste es glaube ich brumassen zu geben ich glaube eine katze gibt da ja ja sicher wenn ich in der scherbenwölz glaube ich das nächste katzen ähnliche zeige ich glaube wälder von terror kann es sowas geben oder nagrand nagrand wüsste ich jetzt ich glaube in nagrand gibt es auch keine katzen ich glaube ich hatte in scherkrad welche gibt es auf jeden fall welche da gibt es wölfe und katzen ich glaube da hatte ich halt schon eine gesehen ich würde schon vorgelaufen wieso gesprochen dass sie da hinten ist ich dachte ich werde schon da ich habe nur irgendwas von der quest gesehen gelesen gehört und dachte ach ja ok ja dann gehe ich da schon mal hin da haben wir sozusagen an der abgabestelle da vorne gewartet noch ja dann gehe ich gleich erst hin ja dann lecker die menschheit braucht ja ich will um mit eier für die welt ein ei da hängt ein eier am baum du warst so klein ich hab die nicht gesehen sie wurden ja nicht von einem tier gelegt damit müssten sie dann eigentlich vegan sein weil sie dann kein tierisches produkt mehr ich stelle mir jetzt die frage wie können ich jetzt bitte eier machen ich komm da jetzt bitte eier rauss ich will es glaube ich gar nicht wissen also wenn mama bomben und papa bomben wird es doch lieber wenn du jetzt noch mit der biene und der blume angekommen wärst ne ich bin eine biene bloß raus dieser gedanke bloß raus man merkt ich bin jetzt schon zu lange wach ich werde ja wir zwei sowieso die kann jederzeit aufhören ich sehe noch ein ei am baum ein ei ei am baum das ist ja gar nichts mehr außer tote leichen tote leichen doppelt tot tote leichen ja da ist doch ein ei noch mehr tote leichen die geiste sind tote leichen ja das ist so ein bisschen wie krebsige krebse ja krebsige 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 oder wurmiger wurm wurmiger wurm vögelige wu- äh vögelvogel eitriger eiter wie was denn blech alter eiter ua ich könnte jetzt noch was dazu sagen aber ich lass uns lieber sonst wird ganz komisch vor ein paar jahren so ein richtig böses abszess hatte bin ich so ein bisschen wach und ne heiter ua dafür brauche ich nicht mal irgendeinen abszess ich mag das sowieso nicht das sieht schon eklig aus da steht ein fuchs auf dem flur ja ja ein fuchs auf dem flur also hier lebt einfach nichts mehr außer leichen rennen für zwei sekunden ne genau bleib an mustang da hat die fähigkeit sehr viel weiter geholfen wirklich respekt ist einfach alles alles kahl alles kahl aber karl auch karl das tötet menschen zwei eier noch auch noch drei ich brauche auch noch drei ich war ja ein ei eher da als dir das rechnen wir hier schon in eiern wir rechnen jetzt mit eiern ja hei 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 ich bin drei eier größer als du und du ich bin sechs eier größer als du du wirst aber ein großes eier sein oh ja ich sammle jetzt aber auch nur eier aus veganem anbau ja dann kann es aber ein bisschen länger dauern so viele baumeier gibt es hier oh doch hier sind noch ein paar baumeier und mein ich habe alle meine baumeier ich auch da ist das letzte da auch durch ich habe fertig lass mich durch ich bin arzt du hast fertig und wir sind fertig ja tatsache oh schön oh bum 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 mhm da hinten noch der Pommes Rudi über den Berg rüber reiten sehen oh yeah und dann ist er hinterm Berg verschwunden ja das geheimnis der Kartoffel darf halt nicht jeder sehen der Moment wo der Lala zu Pommes wird ja oh ja ja oh ja oh 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 so was möchte er denn jetzt noch äh acht Stück Ölleberfleisch ist gut drauf was liegt an es schön dass ich helfe nein mein Inventar ist voll bis ich das mal gescheckt habe ähm ja je je ich mach schon du kommst bald wieder danke ich habe ganz ganz viele Sachen also ich denke mir da so hm dann passiert ja nichts mehr das ist das ist das ist das ist das ist das ist das 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 wenn ich schon lese dass das quest item sagt er versucht es zu läutern das heißt mir schon das kann schief gehen und das vielleicht zerstören juhu ganz genau so ist es auch dankeschön sehr gerne so wollen wir mal barbeque machen hier ja sicher sicher kommen die kotletts richtig fertig so was muss ich machen so schönes stück vom wildschwein wäre jetzt richtig schön im flanken hier bock auf rippchen und dann ein feuer am schweinchen ok es kann nicht schief gehen achtmal gemacht und achtmal hat es geklappt jetzt hast du das glück für uns natürlich überstrapaziert danke gut gemacht ja ja ich habe so dass ich vermute und der typ gemacht hat nur erstes quest weißt du dann endet das so wie bei mir mit dem auge es kommt einfach nicht ja gut das hat sich ja von selbst erledigt ja gut wusste du das vorher glück gehabt pass auf eins fehlt wieder bin ich gut ach ich leck mich doch ich brauche tatsache auch eins ich habe schon wieder unterbrochen wenn der kopf nicht fest sitzen würde ich habe mir halt aber auch 100 prozent geklappt die chance rausgenommen und ist nur auf classic so gut dass wir keine classic spielen ja da wirst du richtig freude haben mit der quest dann könnte ich kein volpera spielen da wäre ich nicht dabei das stimmt dann müsste ich das zu meiner alten rasse untoter wechseln oder wieder allianz werden für nachthelfer der ist jetzt aber nur tot weil der so alt ist ne ich sehe schon kommen irgendwann duftelös classic stream ein da kommen wir in 24 stunden aber nicht weit ne aber das wäre dann aber bei dir auch mitgehangen und gefangen ne du musst uns dann auch mitmachen bei classic ja weißt du retail hätte ich ja doch gesagt gut ok aber classic mache ich nicht alleine nicht im stream das dauert ja ewig ja classic ist so viel anstrengend das wäre ja so als wenn ich in retail alles lesen würde und selbst das wäre noch schneller also heute kann ich ja noch ein bisschen lesen dann sehen wir das aber es wäre ja auch ein pflege ja nicht das ist wenn ich jetzt vorher mein ding aber fertig und hier ganz kurz hoch wenn es nächstes klärchen weil sonst ist hier mein an der nastro ist komplett aufgeweicht so ein kleines päuschen geht mir auch gut ich muss meinen tee nach ja siehst du denn es sich aber was kurz geht gleich einmal ganz kurz hoch also schon 14 uhr ich hab mich auf die uhr geschehen als ich die pc angewacht habe was fast sofort warst du da das hat nicht lange gedauert irgendwann werde ich es merken dass ich noch nicht so viel schlaf hatte viel geschlafen habe ich auch nicht beziehungsweise bin dann ja eingeschlafen aber irgendwann mitten in der nacht dachten sich die katzen auch wir machen mal wieder ein bisschen action ich glaube einer hat sogar in der kiste reingekrabbelt und hat dann erstmal eine halbe stunde hat erstmal eine halbe stunde gekratzt in der kiste dachte ich nur so ok geil und um 4 uhr 30 auf mein kater neben mir und macht nur also nicht mehr so ein richtiger ausgewachsener mauser sondern nur die hälfte davon wach auf essen wach auf essen wollte er gar nicht er wollte nur unter die bettdecke mehr wollte er gar nicht und vor ihm er lag hat auch so mich angestarrt dann wirklich nur so naja ist ja eben schon süß super niedlich aber wenn du davon dann wachen bist und das die ganze zeit so geht denkst du dir auch so alter kater ist aber gut ich könnte davon nicht böse sein das ist genauso wie wenn die guck zu mir früh morgens kommt auf mein bett gesprungen legt sich auf mich drauf ich wach auf guck dir an, dein Ernst, er guckt mich an und schläft. No. Ja, das kann Salem auch. Der Charakter von Frutus, also Leo, der ist meist im Kopfnüsse gegeben frühmorgens. Erstmal so, baff. Mama, bist du wach? Baff. Mama, wachst du auf? Baff. Mama, wachst du auf?